Alle sind gegen mich, gegen mich. Man will einfach nicht, dass ich erfolgreich werde. Besonders meine Frau, die ist so neidisch, neidisch. Ja, dann nennen Sie mir doch mal ein Beispiel. Gerne, da ist die Sache mit dem Hund, mit meinem Hund. Mit Ihrem Hund? Ja, ich hatte einen kleinen Hund im Tierheim gekauft, für zwei Mark, zwei Mark. Und dann habe ich ihn wieder verkauft, für hunderttausend Mark, hunderttausend Mark. Hunderttausend Mark? Kein Mensch gibt so viel Geld für einen Hund aus. Stimmt, man hat mir auch kein Bargeld gegeben, sondern zwei Katzen, das Stück für 50.000 Mark. Ja, Frau Konsul, dann erzählen Sie mir doch mal, was Sie für Schwierigkeiten haben. Ja, ich habe keine Ahnung, Herr Doktor. Mein Mann hat vorgeschlagen, dass ich zu Ihnen komme, weil ich Sahnetorte so liebe. Ist ja Unsinn, die meisten Leute lieben Sahnetorte. Nicht wahr? Ja, na klar. Ich meine, ganz unter uns. Ich habe sie auch besonders gern. Ja, wirklich? Ach, wie herrlich. Sie müssen mich mal zu Hause besuchen kommen. Ich habe Schränke und Schubladen voll davon. Und wissen Sie was? Ich habe Ihnen sogar eine davon mitgebracht. Natasie ist ja fantastisch. Natasie ist ja fantastisch.